Wenn man im Internet unterwegs ist, findet man ab und zu einfach richtig coole Ideen. Und zwar diesen Color Switch. Habe ich vor einigen Tagen auf Twitter entdeckt und dachte mir, wie können wir den denn richtig bauen? Also nicht nur als kleine Demo, sondern als funktionierenden Switch, der auch das Color Theme einer Website verändern kann. Deswegen habe ich mich hingesetzt und losgelegt. Das Ergebnis ist dieser Switch. Wir haben hier einen Button, der ähnlich zu dem aussieht, wie wir das in der Idee gerade gesehen haben. Und prinzipiell, wenn ich hier draufklicke, seht ihr, er wechselt sich genauso wie in der Demo. Allerdings wechselt sich auch real die gesamte Website. Wir machen also einen Color Switch, der generisch unendlich viele Themes unterstützen kann, aber ziemlich einfach zu bauen ist. Und wie das alles funktioniert, das seht ihr in diesem Video. Also los geht's. Wie in jedem meiner Videos legen wir als Ernstes los mit meinem Setup. Hier seht ihr Visual Studio Code, hier an der Seite seht ihr Chrome und das ist meine Standard-Entwicklungsumgebung. Die ist unten in der Video-Beschreibung verlinkt. Da erkläre ich alles, wie das funktioniert in einem eigenen Video. Wir haben aber die Entwicklungsumgebung etwas verändert. Und zwar habe ich hier in meiner Preset SCSS, wo ich halt Farben definiere, Schriften und so weiter, habe ich den Background vom Body- und HTML-Tag weggenommen, weil wir diesen später ja über unser Theme setzen wollen. Alles, was hier drin ist, ist für euch eigentlich komplett irrelevant und braucht ihr nicht. Deswegen könnt ihr diese Datei einfach ignorieren. Wir legen jetzt aber los mit unserer Idee und wie wir das alles umsetzen können. Also weiter geht's. So, das Erste, was wir natürlich machen, wenn wir ein Theme bauen wollen, ist natürlich erstmal die Farben zu definieren. Wie funktioniert das denn alles? Prinzipiell habe ich mir jetzt hier ein Root-Objekt erzeugt. In diesem Root-Objekt erzeuge ich mir jetzt einfach drei Variablen mit drei verschiedenen Farbcodes und eine CSS-Variable so aufgebaut, dass ich sage Minus Minus und dann den Variablen-Namen. CLR ist eigentlich nur eine Abkürzung für Color, die sich sehr verbreitet hat. Und so lassen wir das erstmal. In dem Moment, wenn ich das so eingebaut habe, dann kann ich hingehen und zum Beispiel sagen, okay, wir haben hier unseren Body und unser Body verweist jetzt auf eine Hintergrundfarbe, also Background Color. Und hier benutzen wir eine CSS-Funktion, nämlich die War-Funktion, um auf unsere CSS-Variable CLR-Second zuzugreifen. Wenn ich das jetzt abspeichere, hat unser Body die Hintergrundfarbe bekommen, die hier definiert ist. Wir können jetzt verschiedene Themes bauen. Diese verschiedenen Themes sind ziemlich einfach aufgebaut. Und zwar sagen wir, okay, in unserem Root-Ordner vermuten wir, beziehungsweise in unserem Root-Objekt, nicht Ordner, vermuten wir ein Theme. Dieses Theme extenden wir jetzt mithilfe von SCSS um den Namen Dark. In dem Moment weise ich jetzt diese drei Variablen der Klasse Theme-Dark zu. Wenn ich das jetzt abspeichere, ist das hier weiß. Und das Ganze können wir jetzt aber leicht editieren, indem wir hier in unsere HTML-Datei gehen und unserem Body beispielsweise einfach eine Klasse zuweisen. Wir sagen jetzt Class, zack, und sagen Theme-Dark. Das speichern wir ab und jetzt wird es alles wieder dunkel. Wenn wir jetzt hier reingehen, können wir natürlich noch mehr Themes hinzufügen. Zum Beispiel habe ich mir jetzt überlegt, wir haben noch ein Light und ein Neon Theme. Wenn wir das jetzt abspeichern und ich hier zum Beispiel schreibe Light, in dem Moment wird es weiß. Wenn ich hier schreibe Neon, dann wird es unsere Neon-Farbe. Grundsätzlich könnt ihr so also unendlich verschiedene Themes anlegen, mit theoretisch natürlich viel mehr Variablen als das, was ich für diese Demo brauche. Also das hier ist mehr eine kleine Demo. Bei euch wären diese Objekte wahrscheinlich sehr, sehr groß. Und ich würde auch empfehlen, dieses Root-Element in einer eigenen SCSS-Datei auszulagern, damit es euren Code nicht komplett überlagert. Prinzipiell können wir jetzt aber hingehen und überlegen, okay, wie können wir denn jetzt einen Switch bauen, der zwischen unseren verschiedenen Elementen hin und her wechselt. Und das ist der nächste Step. So, wir sind hier in unserem Index HTML. Um jetzt einen Switch zu erzeugen, brauchen wir natürlich in irgendeiner Form einen Button. Diesen Button brauchten wir jetzt natürlich noch, oder bei diesem Button brauchen wir die Möglichkeit, das noch relativ gut identifizieren zu können mit Color Switch. In dem Moment, wenn ich hier drin bin, möchte ich jetzt verschiedene Elemente erzeugen. In unserem Fall sage ich jetzt, okay, wir haben hier drin ein Diff-Element mit einer Klasse, in unserem Fall Color Seam. So, diese Color Seam-Class bekommt jetzt, oder die erste davon bekommt von uns eine Klasse, nämlich Active, und ein Data-Element. Ein Data-Element ist mehr oder weniger einfach ein HTML-Element, das mit Data-Minus beginnt und dann einen Namen bekommt. Den könnt ihr frei wählen, in meinem Fall sage ich Seam, und hier ist das Dark. Das nächste, was wir hier jetzt machen, ist, wir fügen uns zwei weitere ein. Die haben natürlich kein Active, allerdings andere Namen. Zum Beispiel halt bei Seam hier oben Light und hier unten Neon. In dem Moment speichere ich das ab und wir haben jetzt hier einen Button. Ich kann hier jetzt mal auch die Namen reinschreiben, dass wir sehen, welche Elemente wir hier haben. So, jetzt haben wir hier diese drei Elemente, wunderbar. Und wir können jetzt hingehen und das Ganze mit JavaScript ein bisschen editierbar machen, beziehungsweise dafür sorgen, dass wir mit diesem Button-Klick unsere Seam switchen können. Und hierfür gehen wir im nächsten Kapitel auf JavaScript ein. So, dann legen wir mal los mit JavaScript. Prinzipiell das erste, was wir machen, ist, wir entfernen hier oben eine Demo-Klasse, weil das soll nicht mehr über HTML passieren, sondern das wollen wir direkt per Default machen, nämlich über eine Funktion setDefaultTheme. Diese Funktion existiert aktuell noch nicht, das sollten wir ändern, deswegen erzeuge ich mir die hier einmal. Das erste, was wir hier machen, ist, wir gehen hier rein und suchen unser DefaultTheme. Das machen wir über einen QuerySelector, also Document QuerySelector, und suchen uns hier drin einfach die Klasse Active. Diese Klasse Active nehmen wir jetzt, um zum Beispiel hinzugehen, um unserem Document.body eine Klasse hinzuzufügen. In meinem Fall sage ich, die Klasse heißt classless.add, und dann fügen wir hier eine Klammer ein. Außerdem ein TemplateString, das sind diese beiden besonderen Klammern hier oben, sodass wir jetzt sagen können, okay, wir würden gerne eine Klasse hinzufügen, diese heißt theme, und dann mit Dollar und dann geschweiften Klammern können wir hier drin auf unser DefaultTheme verweisen. Wir haben ja hier oben unser DefaultTheme schon identifiziert über den QuerySelector und können jetzt sagen DefaultTheme, und hier verweisen wir auf das Dataset, und hier verweisen wir auf den Namen theme. Und damit bekommen wir die Information, die hier drin steht, also Dark, Light, Neon. Wenn wir das jetzt abspeichern, seht ihr, es wurde dunkel, weil in dem Moment, wenn wir hier unser Element untersuchen und hier einmal angucken, hat unser Body jetzt theme minus dark bekommen von uns. Das ist schon mal sehr gut. Damit haben wir unser DefaultTheme vergeben, aber wie bekommen wir denn jetzt eine Möglichkeit, dass, wenn ich hier drauf drücke, wir zwischen unseren Themes hin und her wechseln. Das wird der ColorSwitch und das ist das nächste Kapitel. Um unseren ColorSwitch bauen zu können, brauchen wir jetzt nämlich als erstes hier unten einen Button. Diesen Button erzeugen wir uns einfach oder selektieren wir besser gesagt einfach über Document, QuerySelector und verweisen hier auf unsere Klasse, nämlich ColorSwitch. Diesem Button weisen wir jetzt ebenfalls hier einfach ein Event zu, nämlich unser Click-Event. Wenn wir auf den Button drauf drücken, dann soll irgendwas passieren. Das erste, was wir machen wollen, wenn wir das hier mal öffnen, sehen wir, dass hier drin Color-Theme active hat. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen als erstes dafür sorgen, dass dieser Div-Container kein active mehr ist. Und das können wir ziemlich einfach, indem wir hier reingehen und sagen, remove active. Natürlich, diese Funktion existiert so noch nicht, deswegen sollten wir das unbedingt ändern und hier unten eine Funktion definieren, remove active. Das erste, was wir hier jetzt machen, ist, wir selektieren auch wieder mit dem QuerySelector unser aktives Element. Das machen wir einfach über die Klasse active und sagen hier, okay, wenn ein aktives Element existiert, dann würden wir gerne diese Klasse mit ClassList remove active entfernen. Wenn ich das jetzt abspeichere und hier drauf drücke, seht ihr, die Klasse wurde entfernt. Wenn ich neu lade, ist sie wieder da, weil wir sie ja per Default auf das erste Element setzen. Prinzipiell ist das unser erster Step. Das nächste, was wir machen müssen, ist, wir wollen natürlich unser nächstes Element selektieren, um die Information zu erhalten, dass wir auf das Light Theme wechseln wollen. Um das zu erreichen, müssen wir als erstes aber unser Old Theme finden, damit wir wissen, wo wir sind. Wir wissen zwar, dass wir hier oben, ja, drin liegen, aber wir wollen jetzt als erstes mal unser altes Theme finden, was ja hier oben auch auf unserem Body drauf liegt. Hierfür sage ich jetzt, okay, wir haben eine Variable hier oben, die nennt sich Old Theme und die verweist auf eine Funktion FindOldTheme. Diese Funktion müssen wir natürlich noch definieren. Das machen wir auch hier unten. Zack, Funktion definiert. Und in dem Moment greifen wir jetzt auf unsere Elemente zu. Das Erste, was wir nämlich jetzt machen müssen, ist, okay, welche Themes gibt es eigentlich? Also wir gehen hier auf Classes und definieren uns einen Array von unserem Body. In dem Moment, wenn wir das machen, sagen wir also Document Body Class List. In dem Moment haben wir jetzt eine Liste aller Klassen, ups, hier fehlt uns ein T, aller Klassen unseres Body Elementes. In unserem Fall wäre das beispielsweise Theme minus Dark. Das würde hier gespeichert werden als Array und wir können jetzt hingehen und diese Funktion einen Return zuweisen. In diesem Return gehen wir auf Classes ein und sagen, okay, wir würden gerne in Classes unser aktuelles Theme finden. Und das können wir relativ einfach, indem wir hier zum Beispiel sagen, wir gehen jetzt unsere Classnames durch und verweisen hier hinten jetzt immer eine Funktion, nämlich Classname includes, also wir suchen innerhalb unseres Classnames einen String und dieser String heißt natürlich Theme. Wir wissen ja nicht, welchen Namen es gibt, aber wir wissen, dass jede Theme-Klasse von uns den Namen Theme beinhaltet. Wenn wir das abspeichern und hier oben unsere Funktion einmal loggen, console.log, das geben wir jetzt einfach einmal aus, gucken uns die Konsole an, ich klicke hier drauf, dann sehen wir hier Theme Dark, so, was auch hier oben drin steht, beziehungsweise das, was wir hier definiert haben über unser Default Theme. In dem Moment gehen wir mal wieder zurück in Elements und sagen, okay, wir haben jetzt unsere alte Klasse gefunden, aber wie können wir denn weitermachen? Wir müssen jetzt unser nächstes Element, beziehungsweise das Element hier drin finden, was zu unserer alten Klasse gehört. Hierfür definiere ich mir eine weitere Variable hier oben, nämlich Element, die wieder auf eine Funktion verweist, findElement mit dem Namen unserer alten Klasse. Diese Funktion muss ich natürlich jetzt auch definieren, die haben wir ja so noch nicht und die definiere ich mir hier unten, zack, und in dem Moment kann ich jetzt hingehen und unser nächstes Element, unser NextElement quasi selektieren. Hierfür gehe ich auch wieder auf unser Document ein, selektiere mit Query, mit unserem Query Selector, allerdings eine Klasse, nämlich ColorSwitch-Inner. Und diese Klasse ist noch nicht bekannt, die ist noch ziemlich unbekannt, und das ist ein Div-Container, den wir hinzufügen müssen. Das hat einen wichtigen Grund, den ihr später auch sehen werdet, und zwar haben wir ja in unserem Button, in unserer Demo, die ich ja vor Beginn des Videos gezeigt habe, einen kleinen inneren und einen äußeren Ring. Mit dem Color-Switch-Inner können wir nämlich jetzt innerhalb des Buttons diesen inneren Ring erzeugen und zusätzlich können wir unsere Suchmenge, wenn wir das einmal selektiert haben, deutlich vereinfachen. Wir gehen nämlich jetzt mit einem zweiten Query-Selector direkt in unseren Button rein und suchen hier jetzt unser Data-Element. Und zwar sagen wir Query-Selector und hier Data-Theme und suchen hier quasi einfach nur den Namen unseres Themes, um das Element zu selektieren. Und sofern wir eines gefunden haben, wollen wir das Next-Element-Sibling, also das nächste Element, ansprechen. Wenn ich das hier jetzt abspeichere und hier mal Console-Log eingebe, mit Next und ich hier jetzt drauf drücke, dann sehen wir, dass wir immer das nächste Element, also hier Light und dann hier Light, und dann können wir hier durchgehen, und das ist schon mal ziemlich gut. Allerdings kann es ja sein, dass unser Next-Element nicht existiert, nämlich, wenn wir im letzten Element sind, also wenn wir hier das erste haben, das zweite haben, und dann haben wir das dritte, und das Next-Element-Sibling wäre hier quasi weg. Das wäre ja nicht da. Deswegen müssen wir jetzt hingehen, wenn wir so etwas bauen, wir gehen hin und sagen, wir haben ein Return-Value. Wenn Next existiert, dann geben wir Next zurück. Wenn Next nicht existiert, dann gehen wir in unseren Document-Query-Selector und selektieren unsere erste, oder beziehungsweise einfach unser erstes Element. Das können wir aber noch verbessern, weil wir kennen ja unser erstes Element, und sagen hier einfach First. First existiert aktuell noch nicht, deswegen gehe ich jetzt hier oben hin und sage, Const First gleich Document-Query-Selector-Color-Theme. Wir gehen also auf die Klasse Color-Theme und selektieren unser erstes Element, was er findet auf der Seite, und in dem Moment können wir damit arbeiten und müssen nicht bei jeder Funktion quasi neu selektieren. Wenn wir das Ganze hier abspeichern, können wir das sogar noch ein Stück weiter verbessern, weil auch diese Funktion hier, also diese Klasse, können wir standardisieren. Die müssen wir nicht jedes Mal neu aufrufen. Hier sagen wir nämlich Theme-Container und verweisen hier einfach immer direkt auf unseren Color-Switch-Inner und nehmen jetzt diese Variable hier und fügen diese einfach hier unten ein, sodass wir auch hier nicht jedes Mal auf Document-Query-Selector zugreifen wollen, um die Performance etwas zu verbessern. Prinzipiell, wenn ich jetzt hier drauf drücke, passiert aber noch nichts. Es ist immer noch nicht ausreichend, weil wir noch nicht unsere Klasse zuweisen. Das müssen wir jetzt unbedingt noch machen. Dafür gehen wir wieder hier hoch, weil mit unserem Element machen wir ja noch gar nichts. Wir wollen jetzt unsere Klasse setzen. Hierzu sagen wir SetClass Element Old Seam, also unsere beiden Informationen. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, wir gehen hier runter, definieren uns die Funktion SetClass und sagen, okay, als erstes nehmen wir unser Element, was wir selektiert haben, also das nächste Element, in unserem Fall dieses hier, wollen wir selektieren und da Active hinzuschreiben. Außerdem wollen wir dann von unserem Element, also dem nächsten Element, das Seam, was hier drin liegt, in unserem Fall Light, wollen wir selektieren und nehmen dafür unseren Body wieder und sagen hier Class List und jetzt nehmen wir eine weitere Funktion, nämlich Replace. Wir wollen nämlich die Klasse Old Seam, die auf unserem Body liegt hier oben, Dark Seam, durch unsere neue Klasse ersetzen und diese neue Klasse heißt, ups, hier fehlt ein Komma, Seam minus Seam, die wir hier oben von unserem neuen Element selektiert haben. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und ich hier drauf drücke, dann seht ihr, Seam minus Light wird gewechselt, unser Seam hier unten bekommt Active, wenn ich nochmal drauf drücke, seht ihr, es wurde wieder gewechselt, Neon ist jetzt Active, hier oben steht Neon drin und wenn ich hier drauf drücke, dann wird wieder unser Dark Seam selektiert und hier oben steht unser Dark Seam. Hiermit haben wir also einen kompletten Color Switch gebaut, der hier durchgeht, um unsere verschiedenen Elemente zu selektieren und theoretisch könnt ihr jetzt hingehen und hier unendlich viele Themes anlegen. Ihr könnt also hingehen und sagen, ich habe ein Theme, zwei Themes oder 100 verschiedene Color Themes. Es würde immer funktionieren, weil wir komplett generisch arbeiten. So, ich denke, es wird Zeit, dass wir dem Ganzen mal ein bisschen mehr Form vermitteln und dafür gehen wir in unseren Style Part und hier sage ich jetzt Color Switch. Color Switch bekommt von uns erstmal einfach eine Größe, in dem Moment, wenn ich das abspeichere, wird das hier größer, wunderbar. Außerdem wollen wir einen Border Radius haben, der muss genauso groß sein wie unsere Weite, weil wir einen runden Button haben möchten. Außerdem würde ich gerne eine Border definieren, hierfür nehmen wir natürlich direkt unser Color, also eine Variable aus unserem Theme, speichern das ab und haben jetzt hier eine Border. Außerdem würde ich sehr gerne unserem Element hier auch eine Hintergrundfarbe verweisen und um das zu tun, können wir jetzt zum Beispiel sagen Background mit einer kompletten, ja, Radial Gradient Funktion. Wie diese hier funktioniert, wie das hier alles aufgebaut ist, ist unten in der Videobeschreibung und einem Video verlinkt, wo wir einen richtig coolen Gradient Slider bauen. Da könnt ihr euch das alles angucken, aber in dem Moment seht ihr, wir haben hier wunderbar ein Gradient mit einem weißen Verlauf in Form eines Circles, der genau mittig ist und zwar ganz oben und dann haben wir hier ein bisschen Transparenz und die Transparenz, wohin es verläuft. Das sieht, finde ich, soweit ganz gut aus. Das nächste, was wir natürlich machen wollen, ist unser Cursor einem Pointer zu weisen, wenn ich mit der Maus jetzt hier rübergehe, dass man es auch anklicken kann. Außerdem würde ich gerne so ein bisschen Innenabstand produzieren, das machen wir mit Padding und damit unsere Elemente hier drin sich korrekt positionieren können, sagen wir Position Relative. In dem Moment können wir jetzt hier durchswitchen, unser Button hat schon ein bisschen mehr Form, allerdings, wenn ich jetzt das selektiere, kriegt ihr einfach nur so einen schwarzen Rahmen, wenn ich mit Tab arbeite, also mit der Tastatur, deswegen sagen wir, okay, wir geben unserem Button auch noch Focus Visible. Focus Visible sorgt dafür, dass wir jetzt einfach zum Beispiel unsere Outline stylen können, indem wir sagen Dasht und 0.1 Rem, sowie wir verweisen auf unsere Prime Color. Außerdem möchte ich ein bisschen Abstand unserer Outline zu unserem Element und wenn ich jetzt unser Element selektiere, sieht das deutlich besser aus und damit haben wir auch die Tastaturbedienbarkeit in unserem Projekt ziemlich einfach abgedeckt. Was wir jetzt machen ist, wir gehen auf unseren Inner Circle. Das hatte ich ja gerade in unserer kleinen Demo schnell hinzugefügt, ohne tief darauf einzugehen. Wir haben hier ja unser Color Switch Inner. Diese Klasse müssen wir gestalten und wir können die ansprechen, indem wir einfach sagen Minus Inner. Warum muss ich jetzt nicht Color Switch schreiben? Weil SCSS diese einfach extended um das, was hier drin steht. Und so können wir das einfach benutzen, einfach indem wir sagen Inner. Hier sagen wir, okay, die soll sich genauso verhalten wie das Parent Element, also 100%. Außerdem wollen wir hier auch Position Relative definieren und wir würden hier gerne einen Hintergrund definieren, einfach mit Background Color Second. Wenn wir das machen, können wir jetzt sagen, okay, wir verweisen hier auch eine Border und haben jetzt einen zweiten Ring, so wie unsere Demo ja auch aussieht. Und das nächste, was wir machen wollen, hier drin wollen wir einen Inner Box Shadow haben. Aber wie macht man denn einen Box Shadow nach innen? Wir sagen, wir haben einen Box Shadow und definieren uns einen Box Shadow natürlich wieder mit dem Verweis auf unsere Siem Farbe und wenn wir das jetzt abspeichern, haben wir aber einen Schatten nach außen. Das geht aber ziemlich einfach zu ändern und zwar müssen wir hier nur Inset machen. In dem Moment geht unser Schatten nach innen und wir haben so ein bisschen das Gefühl, als wenn das in der Mitte ein Loch wäre, so eine kleine Fläche, die nicht so richtig reinpasst. In dem Moment, wenn ich das habe, wollen wir später eventuell noch etwas editieren, aber das kommt gleich. Grundsätzlich ist ja hier unsere Fläche jetzt fertig. Wir haben in unserem Index HTML jetzt aber diese Elemente und wie kann ich dafür sorgen, dass die einmal rund sind und sich vor allem im Kreis drehen? Ich denke, wir fangen erst mal damit an, die einfach hier rund anzeigen zu lassen. Um das zu tun, verweisen wir jetzt hier drin auf unsere Klasse Colors Theme, weil jedes unserer Elemente hier hat ja die Klasse Colors Theme. In dem Moment, wenn ich hier drin bin, sage ich als erstes, okay, wir würden unsere Elemente, also unser Bild, da drin zentrieren. Das machen wir jetzt über Grid Center. Außerdem würden wir gerne jedem unserer Elemente eine Größe zuweisen, dass sie wirklich 100% einnehmen. Dafür sage ich hier jetzt Position Absolute, sage Top Left 5% und Width Height 90%, sodass wir hier auf 100% kommen. Ihr seht, alles ist jetzt schön zentriert und diese Fläche können wir jetzt ein bisschen verbessern, indem wir denselben Background Gradient nehmen, wie auch oben und hier auch sagen, wir würden gerne unseren Border Radius hinzufügen. Einfach Border Radius, zack. Und wir würden hier gerne ein Box Shadow auch hinzufügen, indem wir sagen Box Shadow, definieren unsere Größe und die Farbe, die wir benutzen wollen, speichern das ab und haben jetzt hier unseren Box Shadow wunderbar eingefügt. Außerdem können wir jetzt hier drin noch jede Menge Sachen machen, aber als erstes sollten wir uns überlegen, wie können wir denn dafür sorgen, dass unser Element nicht mehr alle Elemente anzeigt. Hier fehlt uns nämlich einfach noch eine Hintergrundfarbe. Das machen wir mit Background Color, verweisen hier auf unsere Second Color und in dem Moment sehen wir jetzt nur eine Fläche, aber wir sehen noch nicht die aktive Fläche. Wir haben auch noch nicht diesen Rotationseffekt und irgendwie sehen die Schatten hier noch nicht richtig aus. Die Schatten können wir relativ einfach lösen, indem wir unserem Parent Element, nämlich hier oben unserem Inner Element, einfach Overflow Hidden zuweisen. In dem Moment seht ihr, dass die Schatten jetzt abgeschnitten werden und richtig aussehen. Was uns jetzt fehlt, ist dieser Rotationseffekt und wie der funktioniert, weil wir orientieren uns hier ein bisschen aus einem Video von vor einigen Wochen, erkläre ich euch jetzt in einer kleinen Tutorial-Demo. So, wie wir in einem Video vor einigen Wochen schon gemacht haben, wollen wir unsere Transform Origin verändern. Grundsätzlich haben wir hier unseren Button und unser Button umfasst natürlich die einzelnen Color Themes. Die Themes sind einfach Elemente, die sich in unserem Button befinden und haben eine Transform Origin. Diese Origin ist der Ankerpunkt, der befindet sich in der Regel genau in der Mitte. Das sieht in etwa so aus auf beiden Achsen Center und Center. Wir wollen das jetzt verändern. Wir sagen also 50%, also lassen es quasi einfach in der Mitte. Allerdings nehmen wir unseren Ankerpunkt auf der vertikalen Achse nach oben mit minus 1 Rem. In dem Moment nimmt wir unseren Punkt hier und schieben den einfach hier oben raus. Das bedeutet, dass unser Ankerpunkt für unsere Animation sich verschoben hat und unser Element sich nicht mehr um seinen Mittelpunkt rotiert, sondern um den Ankerpunkt, den wir nach oben verschoben haben. Das sieht dann etwa so aus, wenn wir jetzt mehrere Elemente haben, also zum Beispiel ein weiteres Element außerhalb unseres Elementes, dann können wir hingehen und mit Rotate 120 Degree unser Element verschieben. Und genau das ist die Idee, die wir jetzt umsetzen wollen, um unsere unendlich vielen Color Themes richtig cool animieren zu können. Okay, das, was wir also machen wollen, ist dasselbe, was wir vor einigen Wochen ja schon gemacht haben. Dafür brauchen wir als erstes unseren Origin, den wir definieren müssen. Unser Origin definiere ich mir jetzt hier einfach über Transform Origin 50%, also dass es genau in der Mitte ist und dann gehe ich ins Negative. Also ich sorge dafür, dass unser Origin-Punkt quasi hier oben liegt. Um das alles ein bisschen besser sehen zu können, entfernen wir aber als erstes mal unser Overflow Hidden, so dass wir alle unsere Elemente sehen können, auch wenn sie unseren Inner Container verlassen. In dem Moment, wenn ich das jetzt getan habe, sorge ich als erstes dafür, dass ich Transform Rotate 240 Degree setze. In dem Moment seht ihr, unser Element ist hier oben reingeslidet, also so nach oben gerutscht, weil unser Rotationspunkt ja über unserem eigentlichen Element liegt. Was wir jetzt machen wollen, ist ein kleiner Trick. Wir können nämlich mithilfe von Animationen dafür sorgen, dass wir zwischen zwei verschiedenen Animationen wechseln, wenn eine Klasse hinzu oder entfernt wird. In dem Moment sage ich, okay, als erstes bauen wir uns eine Animation, diese heißt Animate In. Animate In bezieht sich natürlich auf 0% und bei 0% erwarten wir, dass unsere Elemente bei 240 Degree sind, also hier oben das, was ihr hier gerade seht. Bei 100% erwarten wir allerdings, dass sie bei 360 Degree sind, also quasi sich sofort bewegen und dann hier unten drin liegen. Wenn ich das Ganze abspeichere und ich hier hochgehe, dann kann ich jetzt sagen, okay, in dem Moment sage ich Animation beziehungsweise nicht so, sondern ich muss als erstes die Klasse Active verweisen, also wenn unser Element aktiv wird, dann sage ich hier drin Animation und Animate In, sage natürlich noch, okay, wir haben noch ein bisschen Verlauf mit 700 Millisekunden, Ease In, so eine Timing Function, mit Forward sorge ich dafür, dass unsere Animation am letzten Frame einfach stehen bleibt und am Ende sage ich Alternate, also ich sage, dass das quasi einmal rückwärts passieren soll. In dem Moment seht ihr, Light ist reingerutscht und jetzt rutscht Neon rein, Dark rein, Light rein, Neon rein, Dark rein, also es funktioniert wunderbar. Wir haben also unsere Animation zum Reinsliden gebaut. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch einmal duplizieren zum Raussliden. In dem Moment sage ich, ich habe eine Funktion, die heißt Animate Out und ist genau negativ. Sie sagt also 360 Degree, allerdings geht sie bei 100% nach oben hin weiter, also den Kreis hoch, deswegen addieren wir 120 Degree hier drauf und haben 480 Degree. Was wir jetzt noch machen müssen, ist hier oben einfach Animation, Animate In, durch hier Animate Out ersetzen, alles andere bleibt erstmal einfach genau so, bis auf das wir Alternate entfernen müssen. In dem Moment seht ihr, Dark ist jetzt hier drin, Neon ist nach oben gerutscht, wenn ich jetzt hier drauf drücke, rutscht Light rein, jetzt rutscht Neon rein, Dark rein, Light rein, Neon rein und so weiter. Also es macht keinen Unterschied, wie viele Elemente das sind, weil ihr seht, sie starten hier, rutschen nach unten, rutschen nach oben und ob das 10 sind, 100 sind, 2000 sind, macht keinen Unterschied. Das Schöne ist also, wir können jetzt einfach hier oben unser Hidden wieder einkommentieren und haben einen wunderbaren Color Switch gebaut, der unendlich funktioniert. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, sind die Icons und das ist das Letzte, was wir in diesem Video machen werden. So, das Letzte, was uns jetzt noch fehlt, ist natürlich unser Icon. Also wir wollen verschiedene Icons in unser Theme einbauen, damit das einfach ein bisschen netter aussieht. In meinem Fall füge ich hier direkt einfach statt dem Text ein Icon ein, in diesem Fall ein SVG-Icon. Wichtig ist, dass hier alle Formen beispielsweise Fill Color haben und hier Current Color. Current Color verweist nämlich, jetzt haben wir hier den Mond drin, auf die Schriftfarbe des Parent Elementes. Wir können also hingehen und unserem Parent Element, also dem Color Theme, einfach eine Schriftfarbe zuweisen und wenn ich das gemacht habe, dann kriegt unser Mond die Schriftfarbe, die auch hinter Color Prime steckt. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist die Größe unseres SVGs anzupassen. Jetzt haben wir hier einen wunderbaren Mond drin und das Ganze können wir jetzt natürlich noch replizieren für zum Beispiel einmal unsere Light Color, indem ich jetzt hier hingehe und unsere Light Color eine Sonne einsetze. Jetzt haben wir hier auch eine Sonne drin und das machen wir natürlich noch ein drittes Mal, in diesem Fall nicht für unsere Light, sondern für unsere Neon Color, indem wir noch hier so eine kleine Glühbirne einbauen. In dem Moment haben wir unsere Icons eingebaut, aber wir haben noch ein kleines Problem. Und zwar, wenn ich hier ganz oft drauf drücke, dann sieht unsere Animation nicht sonderlich schön aus und das sollten wir unbedingt verhindern, sodass man wirklich nur klicken kann, wenn unser 7 komplett geladen ist. Das ist das letzte Kapitel, also bis gleich. Um dieses Problem lösen zu können, müssen wir nämlich noch einmal in JavaScript rein. Und hier müssen wir jetzt eine Variable definieren, ganz oben, da wo wir auch die restlichen Variablen definieren, nämlich Animation is running und hier sagen wir standardmäßig false. Das erste, was wir jetzt nämlich machen, ist, wenn wir unseren Button klicken, fragen wir ab, hey, läuft gerade unsere Animation? Wenn das der Fall ist, dann breche hier die Funktion direkt ab und mache gar nichts weiteres. Und ansonsten, wenn unsere Funktion hier nicht läuft, dann wollen wir bitte direkt nach 700 Millisekunden, also solange wie unsere Animation läuft, unsere Animation wieder zurücksetzen. Das, was uns jetzt noch fehlt, ist in dem Moment, wenn wir unsere Animation gestartet haben, setzen wir hier das Ganze auf true. Wenn ich das jetzt so abspeichere und ich hier drauf drücke, dann kann ich nur klicken oder das Theme wechselt sich nur in dem Moment, wenn wirklich unsere Animation abgeschlossen ist. Also der Fehler, den ich gerade hatte, ist jetzt behoben und damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar unter dem Video, einen Daumen hoch natürlich und wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung sind mega viele Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch natürlich die Discord Community, wo ihr Fragen stellen könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin. Bis dahin, viel Mars Whatever ist. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.